Wenn Sie sich als eingetragener Installateur Ihren Account freischalten lassen möchten, nutzen Sie dazu unser Freischaltungsformular. Dieses finden Sie unter Funktionen für Installateure. Hier finden Sie auch weitere Grundfunktionen wie Login, Passwort vergessen, Ansprechpartnersuche und ein Handbuch für Installateure. Um Ihren Account freischalten zu lassen, öffnen Sie das Freischaltungsformular. Wählen Sie nun Ihr Anliegen aus. Geben Sie Ihren Firmennamen an, sowie Ihre Installateurausweisnummer, mit der Sie beim Bayernwerk eingetragen sind. Zudem benötigen wir Ihre Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse. Es ist wichtig, dass Sie die E-Mail-Adresse angeben, mit der Sie auch im Installateurverzeichnis angemeldet sind. Sie können sich nun eine Bestätigungs-Mail zusenden lassen und das Formular absenden. Sie erhalten dann umgehend die Bestätigung, dass die Freischaltung für Ihren Account beantragt wurde. Bitte beachten Sie, dass die Bestätigung ca. zwei Tage dauert. Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Aktivierungslink und Ihren Zugangsdaten. Überprüfen Sie hierzu auch regelmäßig den Inhalt Ihres Spam-Ordners. Mit Klick auf den Aktivierungslink können Sie nun Ihr Passwort vergeben. Sie erhalten dann eine E-Mail-Adresse und die Bestätigung der E-Mail-Adresse. Die erfolgreiche Aktivierung Ihres Accounts wird bestätigt und Sie können sich nun im Online-Portal einloggen. Geben Sie jetzt erneut Ihre E-Mail-Adresse und das eben vergebene Passwort ein. Nun sind Sie eingeloggt und können im Online-Portal arbeiten. Sie haben die Möglichkeit, Informationen zu Ihrem Account abzurufen, Ihre E-Mail-Adresse bzw. Ihr Passwort zu ändern oder sich auszuloggen.